In der tropischen Nacht Und ein Mädchen entspannt Wie ein Schatten im Sand Oh, Bela Luna Ein Land steht sie am Kai Und vorbei ist der Weih Bela Luna Wann kommt endlich ein Brief Ach, das Meer ist so tief Bela Luna Du nun weißt, wo er ist Welches Mädchen er küsst Bela Luna Doch ich lieb ihn allein In alles verzeiht Oh, Bela Luna Blühende Rosen Verliebte Matrosen Von weit weit her Bleib'n sich trafen Ein Schicksal am Hafen Der irgendwo am Meer In der tropischen Nacht War die Liebe erwacht Bela Luna Ich bin Paula Roth Und bin am Badesee aufgewachsen Und am 12. Juli 1918 geboren Und bin im Elternhaus aufgewachsen Der Vater war Strassemitzger Und ist Güterhändler Und die Mutters, Eltern Im Hof in Egnach Haben eine grosse Landwirtschaft Mit dem Lebensmittelladen Und mit dem Gemüsehandel Und somit bin ich Im Handel nachgekommen Vaters, Eltern Haben die Wirtschaft geführt Bis der Großvater gestorben ist Dann hat der Vater Die Wirtschaft und die Siegelschaft verkauft Und hat dann das Teilen in vier Geschwister Gesamt Mutter Und die Mutter Hat dann ein kleines Häuschen gekauft Sie hat nicht Willen bei uns wohnen Einfach separat Auch als Geschäftsfrau Und dann sind wir Obenmal umgezogen Dann haben wir Ist dann der Krieg Ausgebrochen Der erste Weltkrieg Der Vater hat Als Dragoner Ist der Vorreiter Er war im Kantegar Bünde Da oben im Dienst Und die haben Haben wir dann Überstudiert Einen katholischen Paar Hat uns dann Der Stall besorgt Hat während Der Kriegsjahre Und den habe ich Dann noch gut gekannt Und der ist Dann Fischmundsüchtig Und der Rechtfahrer Ist dann Was der Alltag Da zu uns In das Haus Nur wir haben Gute Zeiten erlebt Mit dem Alter Knecht Wie auch Schlimmisch Jetzt richtig Hat dann Wo der Vater Dann wieder Angekommen ist Hat dann halt Wieder Güter Gehandelt Und hat das Haus Unseres auch Wieder verkauft Und ein grösseres Bauernhaus Angekauft Und dann sind wir Wieder gezogen Dann haben wir Kein Knecht mehr Gebraucht Und wir haben Dann selber Wir als Kinder Sind wir im Stall Nachgenommen worden Haben geliefert Melken Und Hauen Und alles Was in der Bauerei Losgeht Jetzt richtig Ich habe dann Meine Schuhezeit Mitgemacht Und nachher Habe ich Darmenschnieder Lehr gemacht Und habe dann Aber auch Heereschnieder Eingelernt Beim Hesse In Lammerschwil Und auch Beim Strahl In Emishofer Rötzlingen Und nachher Bin ich dann Vor Kriegsausbruch Bin ich dann Als Serviettöchter Auf Schwanden Und habe dann Als Serviettöchter In der Rau Habe ich gearbeitet Und dort Und dort Habe ich recht Liebe Menschen Habe ich einen guten Familienanschluss Habe Und dann Sind Pils Laten Und auch die Zweite Mobilmachung Habe ich schon Und viele Auch eben Gehörte Die Habe ich Flüchte Von Basel Habe ich So gerne In mein Zimmer Räumen Und Der Einfamilien Übergeben Das War dann Ein Polizeikommissar Jetzt mal Im Herbst Habe dann Der Vater Mir Bericht Er habe Eine Wirtschaft Kauft Man Sähe Zügel Und Die Frieda Meine Schwester Habe Den Wir Gehörte Machen Und Dann Bin I Heim Kommen Und Den Service Machen Da Am Tag Ist Dann Ein Soldat Kommt Und Ist Am Tisch Gucken Nebst Anderen Nachburen Und Dann Hat Der Fröde Kommt Um Ein Ort In Dort Hine Ein Stuk Gewalt Verkaufen Der Vater Hat Mit ihm Gespräch Und Er Sähe Er Verkauf Im Schuh Machen Ein Stuk Gewalt Aber Nur Gegen Bargeld Er Kennen Ja Nicht Richtig Hat Die Bursche Gute Gute Ich Komme Hohen Schauen Weil Ich Schauen Ob Es Handel Gibt Und Richtig Am Abend Sind Dann Zurück Hohen Und Dann Hat Der Vater Sähe Verzählt Er Im Appenzellerland Kaufte noch Liegenschaft Kauft Samt der Wirtschaft Und Da Ich Dann Der Wirte Das Gesuche Eingeschickt Und Bewilligung Ob Ich Die Wirtschaft Führen Als Fräulein Jetzt Richtig Habe Ich Dann Bericht Überkommen Weil Landwirtschaft Ist Müsste Da Noch Ein Bauer Da Seien Der Betrieb Ich Jetzt Hat Der Bursch Feuer Und Flammen Gefasst Und Hat Dann Vater Gseit Im Morgen Gehe Ich Schauen Schauen Und Richtig Ist Am Abend gekommen Und Hat Da Vater Zähl Zeiget Er Hat Dann Einen Monat Hat Dem alten Besitzer Abkauft Er Witte Gern Die Wirtschaft Schon Einen Monat Früher Übernehmen Und Er Witte Gern Die Pauline Heiraten Säge Immer Ganz Stunz In Vater Und Sagt Ja Ich Kenne Sie Nicht Und Das Heirat Geht Nicht So Geschwind Nein Gehen Dann Richtig Hat Der Vater gesagt Unser Porsche Hat Dann Gesagt Zuhause Er Erspart Geld 10.000 Franken Und Die Hat Dann Auch Sogar Ein Halbjahr Landwirtschaftlich Schuld gemacht Im Welschen Und Eben Das Gehen Dann Schon Und Man Lern Jedan Erst Geheirat Also Wenn man Geheirat Dann Lern Man An Kennen Und Richtig Der Bursch Hat Wieder Mühlen Dienst Aber Ich Hine Nicht Kennt Und Ich Hine Können Nachfragen Jetzt Noch Jetzt Hat Dann Eben Ein Brief Ich Komme Das Patent Schreiber Im Fall Eben Das Hier Ein Geheb Und In Dein Fall Hat Der Bursch Auch Schreiben Und Hat Dann Mit dem Vater Den Parkentraber Abschluss Und Dann Wir Bericht Über Den Wirt Debenziger Züge Haus Am 1. Dezember Und Ich Müsse Das Wirtschafts-Inventar Vom Keller Kaufen Das So Übergang Sehen Gut Am 1. Ich Hain Mies Hose Kleid Selber Gnäht Und Am 1. Dezember Bin Ich Einzogen Und Dann Hain Machen Am 14. Dezember Hain Hain Hussig Und Ich Hain Den Wunsch Hain Ich Hain Hussig Abhalte Im älteren Haus In Wirtschaft Klaus Rütti Also In der Krone Und Dann Ist Das Alles Anderes Schon Die Schwiegermutter Zukünftige Ist Dann In Haus Reinkommen Und Ausgerechnet Auf Den Gleichen Tag Hat Es Ein Kurz Schluss In der Wirtschaft Und Die Frau Sie Hat Nicht Allein Im Haus Bleiben Das Mir Vorgehen Und Über Nacht Ist So Viel Schnee Gepallen Jetzt Noch Ist Eine Schwester Von Dem Mann Da Und Hat Als Stellvertretterin Als Spiel War Der Was Gefahren Ist Mit Dem Auto Der Ist Der Grosse War Vom Spiecher Jetzt Richtig Habe Ich Dann Müsse Da Den Grosse Weg Haufen Spiecher Schwende Haufen Und Habe Dann Müsse Da Auf Post Auto Haufen Also Auf Das Auto In Post Warten Damit Wir Beide Haben Können Mit Dem Privatwagen Auf Zivirstand Fahren Und Nach Rehtobel Jetzt Nachdem Da Wir Auf Zivirstand Zusammen Sind Dann Sind Wir Wieder Daheim Und Am Zwölf Sind Wir Schon Wieder Die Ham Jetzt Richtig Die Schwiegermutter Hat Dann Uns Das Mittag Gege Und Dann Hat Sie Dann Noch Gse So Deine Schwiegermutter Er hat Zu Huse Gut Mittag Gessen Gekocht Und Zum Anderen Ja Und Den Service Auf Den Tisch Gestellt Somit Habe ich Dann Danket So Ist Das Alles Was Für Mein Best Da Ist Das Kommt Mir Vor Wie Ein Kuhhandel Jetzt Möchte Ich Gerne Meine Eltern Anrufen Und Da Sagt Dann Die Schwiegermutter Mutter Heim Und Schwester Hat Schon Angeruhten Da Von Kloss Rüthi Aus Und Sie Kommen Die Erst Woche Ein Paar Tag Zu Mir Habe Da Hat Dann Auch Der Mann Sagt Ich Gehe Jetzt Da Die Erste Woche Muss Ich Wieder In Dienst Und Du Wirst Wissen Man Hat Ja Nicht Viel Sollt Und Man Hat Dann Einfach Die Zeit Ich Komme Dann In Vierteljahr Wieder Zurück Und Jetzt Meine Mutter Fahrt Dann Auch Wieder Heim Habe Und Sie Hat Im Sinn Das Häuschen Zu Verkaufen Was Sie Da Hat Dann Sagen So Ist Das Alles Jetzt Richtig Ich Habe Mir Den Vater An Kuh In Stahl Hine Gestellt Damit Ich Nicht So Weit Milokohle Für Den Haushalt Und Für Die Wirtschaft Jetzt Die Habe Ich Verplegt Und Melk Und Auch Ein Hörstück Kommen Im Stall Jetzt Noch Einfach Vom Vater Aus Habe Ich Dann Als Möglichste Gekommen Aber Wo Er Wieder Heim Kommen Ist In Urlaub Kurz Vor Ostern Ich Habe Dann So Gern 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 Wieder So Gern Kompromanden Kleid Gern Jetzt Wur Dann Habe Die Habe Dann Gern 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 Körb Lebensmittel Holen Aus dem Laden Und Wenn Ich Habe Bin Stamm Meins Harmonium Nicht Mehr In Der Wirtstuppe Nier Da Sagt Ich Habe Das Verkauft Ich Habe Das Geld Brauche Im Dienst Und Sagt So Du Frech Mön Schwang Schwan Oder Möbel Verraufen Das Wäre Lustig Und Sagt Ja Ich Habe Ich Geheirat Samt dem Hausrat Du Möbel Zufrieden Sehen Ich Ich Habe Keine Güter Trennig Sag Ich Was Verkommt Mir Lustig Vor Er Sagt Ja Das Weis Meine Mutter Hätte Das Hütchen Verrauft Und Dann Kommt Sie Noch Zu Us Haube Gewohnen Sag Ich Da Wäre Lustig Da Dann Will Die Mir Befehle Auf Meinem Vaters Gewehr Nein Da Würde Man Gut Raus Gehen Während Du Am Dienst Bist Jetzt Noch Die Landwirtschaftlichen Arbeiten Und Ich Dann Müll Den Fluch Bestellen Wie Es Geheissen Korrekt Umbrechen Man Müll Misch Beführen Man Hätte Alles Machen Aber Was Macht War Er Ist Er Stehen Ham In Urlaub Ist Alles Macht Sie Aber Er Ist Noch Im Sonntag Wändli Umeinander Glatscht Und Eben In Die Stadt Habe Jetzt Wann Ich Im Stil Gemült Hätte Er So Gerne Holz Daran Gestült Vom Vater Im Wald Sind Gahnen Um Buchen Gefällt Wurde Und Wann Er Macht Hat Damit Nicht Für Eigenbedarf Für Holz Für Brennholz Sie Wann Ich Schon Selber Schneiden Und Machen Und Auf Begen Jetzt Noch Jetzt Er Die Frechheit Und Hat Die Kuh Die Kuh Verkauft Der Frechmensch Hat Natürlich Unterm Vater Und Zwischen Paul Bühler Und Als Mann Streitigkeiten Gibt Jetzt Was Ist Dann Er Er Hat Die 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 Hypotheken Beobachtet Dass Die Liegenschaft Entwertet Wurde Ist Jetzt Hatten Dann Die Meldung Kanzlei Und Hatten Dann Vater Die Hypothek Kündigt Jetzt Was Ist Gesehen Der Vater Hat Mir Geschrieben Lässe Den Mann Einspielen Wegen Die Diebstahl Jetzt Noch Jetzt Hat Er So Gern Noch Uns Den Pacht Auf Kündigt Und Hat Dann And 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 Bächter Gesucht Und Was Ich Dann Mit Dem Wimli Erlebt Habe Als Schwiegermutter Sie Hat Mir Will Befehlen Und Ganz Schlimme Sachen Ich Erlebt Die Hat Sogär Sohn Als Mann Von Mir Empfohlen Er Seil In Wald Schände Und Der Weg Holzen Und Vaters Bewüsste Tut Jetzt Wo Der Brief Hat Ist Hat Er Mir Noch Drogen Mit Beschiessen Hat Sogär Znach Mit Blubärt Lüsen Und Hat Dann Pass Die Seber In Die Brücke In Jetzt Noch Jetzt Ist Er Dann Aber Am Anderen Tag Zu Anwalt Und Hat Dann Mir Noch Geseit Und Er Wieder Zurück Ist Ich Habe Ich Wider Wider Nicht Machen Das Geht Ins Familien Leben Einen Können Nicht Einspüren Loh Jetzt No Wir Mühen Ausziehen Und Dann Ich Dörfen Zügel Wieder Vaters Haus Auf Wald Habe Ich Habe Wohl Das Böbel Was Ich Gekommen Und Ich In Dörrach Mühle Geboren 1942 Und Die Schwiegermutter Mühle Ausziehen Schon Ende 1941 Und Im Bebermah 1942 Habe Ich Dann Ein Bub Geboren Mutter Ist Schon Zeit Lange Bei Meher Gsi Und Der Mühler Der Mann Da Der Ist Dann Wihli Im Urlaub Gsi Er Hat Auch Da Nicht Recht Tun Einmal Der Einst Wenn Ich Dann Vernach Ich Dass Er Ein Verdien Kind War Nicht Im Familial Verhältnis Aufgemassen Er Ist Vor Einem Ort Zum Anderen Geschubst Wurden Weil Die Mutter Früher Witwe Wurden Ist Und Dann Ist Das Geld Verteilt Wurden Jedes Hat 10.000 Franken Überkommen Das Verplegt Wurden Ist Bis Im 20. Alters Jahr Jetzt Richtig In Alten Unen Wo Ich Dann Das Kind Das Zweite Geboren Und Er Wieder Hat Meinen Dienst Und Eben Was Sein Ist Hat Ich Fast Ein Haushalt Ist Geh Hat Der Vater Hat Ja Uns Wohl Nicht Zins Belangt Aber Ich Habe Sorge Dann Er Auf Bahn 500 Franken gehabt, also im Monat. Und da hat es nicht gelangt. Und richtig, ich musste innerhalb von zwei Jahren durch drei Wohnungen durchgehen und bin dann im 44 bin ich schwer krank geworden. Und dann, als ich mich betäuscht war, also im 44 und 45, hat ein junges Mädchen Zusicht genommen. Und meine zwei Kinder sind dann bei meinen Eltern zurückgelegt. Aber er wollte einfach nicht bezahlen, er wollte kein Rastgeld bezahlen. Jetzt habe ich natürlich in die Spitalzeit hinein, habe ich dann eine Entscheidung eingegeben. Ich wollte wieder gesund werden. Der Mann, der war ein Jünger, er ging mehr zu anderen Weibern. Er hat aber während der Zeit, hat er ein junges Mädchen aufgenommen und wahrscheinlich ist gekuppelt worden. Jetzt richtig, wenn ich dann während der Scheidungszeit gewesen bin, bin ich bei meinen Eltern gewesen. Jetzt habe ich den wieder als Pflegerin, als Hauspflegerin und als Störschniederin in der Gesellschaft. Ich habe dann, an einem Tag, als ich Müttingham war, hat dann der Bühlersamt und eine Polizist, hat er die zwei Kinder geholt und habe dann gesagt, wo ist Frau, wo ist Paulina? Da sagten die Mutter und der Vater, ja nimm dich oben noch mit, also du hast du selber zu sehen, ich will schauen, dass meine Töchter wieder gesund wird. Und somit hat er dann die Kinder bin genommen und hätte es dann aber nicht können, seiner Mutter, wo scheint es, die er gesagt hat, wieder im Haushalt zu sein, hätte er die Kinder ins Kinderheim geben müssen. Und dort ist er dann gezwungen worden, um die Kinder so Rastgeld zu zahlen. Jetzt noch in der Zeit, wie ich dann im Scheiden gewesen bin, habe ich doch meinen Lebensunterhalt verdienen und noch für die Gerichtskosten müssen zu zahlen. Schon der Vater hat mir etwas gestreckt, um jemanden wieder Vorschuss zu geben im Anwalt. Aber zum anderen hätte ich sagen dürfen, durch den Pfarrer und durch eine Amtsperson. Ich hätte lieber die Frau da gehabt, das hätte ja nicht so viel Kost wie scheiden. Ich sage ja, im Himmelsweilen war er ein schlechter Mensch. Einfach, ich war angesteckt und ich habe so gerne während der Gerichtsverhandlungen dann habe ich dann ein ärztliches Zeugnis rechnen lassen, um vorliegen. Nur, dass ich dann in Gottes Namen wieder gesund wäre und wieder einmal Namen geschadet führen konnte. Aber diese Kinder sollte dann noch er selber haben. Aber dann habe ich, dass er das Mädchen will heiraten und das sind voll weiße Kinder und hat einen Vormund und hat 250'000 Franken Vermögen. Jetzt habe ich gedacht, wenn er das will heiraten, so schnell wie möglich. In dem Fall, ich mache schon die Unterschrift, damit er so bald wie möglich heiraten kann, ohne ein Jahr zu warten. Jetzt hat er die dann geheiratet und mein Anwalt, das war dann der Jakob Anneson, er war mein Name, der Zivilstandsbeamte und sogar ein Betriebungsbeamte. Jetzt drei Tage nachdem, dass sie rausgekommen sind, ist dann mein Anwalt hergegangen vor der Wohnungstür und hat da geklopft und hat von der Frau von der zweiten das Geld rausgeholt für mein eingebrachtes Vermögen, das sie dann zurückzahlen musste. Und ich habe aber auch noch nicht alle Möbel da rausgekommen. Und die alle anderen Möbel habe ich dann schriftlich im Stadthalteramt eingehen, damit ich das wieder zurückkomme. Und richtig, ich habe dann einen Bericht bekommen, dass ich das polizeilich holen konnte und ich musste dann einen Möbelwagen holen, bestellen, damit ich das sicherlich holen konnte. Jetzt wegen den Kindern habe ich das als immer übernommen. Ich konnte das Besuchsrecht einhalten und nicht er. Jetzt will er ja trotzdem nicht ein Kostgeld zahlen wollen. Im anderen Fall war ich frei, habe wieder ein schöner Geschäft übernehmen und habe nicht für Kinder sorgen müssen. Er musste auch nicht hier zu mir rauf kommen, um die Kinder zu besuchen. Jetzt richtig, jetzt habe ich dann, der Vater hat dann den Pächter, der nach mir hergekommen ist, auf die Arche Mühle, hatte eine Schulden gehabt. Jetzt hat er ihm geschrieben, also wenn er will, will er etwas anderes suchen. Jetzt richtig, die Töchter seien wieder frei und sie kommen wieder in die Arche Mühle. Der Mann, der Junge, mit der Frau und zwei Kinder, ist dann ausgezügelt und nach Kirisau und ich konnte dann wieder einziehen und habe wieder das Wirtschaftspatente bekommen. Und gleich nachher hat der Vater auch die Krone in Klos Rüthi verkauft und die Frieda, meine Schwester, die die Wirtschaft geführt hat, hat dann einen Geheirat, einen Wildbüer in St. Gallen. Jetzt noch, dann ist der Vater wieder zu mir rauf zu zügeln. Er hat dann Geissen gekauft und Gänze gekauft, Küngeli und Hühner und Hund und Katzen. Ich habe das als eine Frau geholt in ein Tierchen, aber trotzdem habe ich noch einen Körper wie eine Zitterlähmung gehabt. Und ein Arzt konnte mir da nicht helfen. Ich bin dann zum Naturarzt Schneider und der konnte mir helfen. Der hat mir gesagt, das habe ich noch vom Seelischen ab und der hat mir das Zitterlähmung weggebracht. Es war wie ein Wunder gewesen. Und die Leute, die zu mir wieder in die Wirtschaft gekommen sind, haben am Anfang gesagt, Frau Bühler, man sagt ja auch nicht, Bühler, tun Sie mich auch nicht erinnern an den schlechten Menschen, den ich hatte. Jetzt noch, meine Mutter ist gestorben, habe ich dann 1949 und einen Hirnschlag. Schon vorher habe ich vier Wochen noch die Mutter bepflegt, bis der zweite Schlag kam. Jetzt habe ich dann 1950 einen Zeitlichkeitsüberfall gehabt von denjenigen, die neben dem Haus gewohnt haben. Die haben mich geschlagen, also schlimme die Körperverletzung kam. Aber ein Hund in dem, der mich hier geschöpfen wollte, dem habe ich die Schelle geöffnet. Er hat also gehäunert wie ein rechter Hund. Jetzt riecht ich den raus und zum Loch raus. Der andere hat eine Passe in dem Fenster. Er hat dann noch hochgekommen, dann klagen sie ja auch nicht. Er ist ein Familienvater, hat sechs Kinder, die sagen, da geht mich nichts an. Meine Sichtshälfte ist verschwollen, das Auge ist zu verschwollen. Ich muss das polizeilich melden. Und auch noch muss ich noch den Doktor Kaden wegen. Ich kann ja nicht wissen, wie es noch geht. Jetzt noch, der Prozess ist dann gegangen, sie sind dann die zwei noch eingesperrt worden. Jetzt am 1951 hat dann der Vater die Wirtschaft verkauft und hat dann im Retobel oben ein grosses Haus gekauft, ein Dreifamilienhaus. Jetzt bin ich dann auch zu ihm aufgezogen und von dort aus habe ich wieder Pflegerin gemacht und Störschneiderin. Jemand hat mich die Leute abgeholt mit dem Auto und am Abend wieder zurückgebracht. Ich habe dann noch ein paar Geissen im Stall, Küngeli und Hennen. Einmal, das war die Frau. Jetzt ist dann wieder nicht lange gegangen, hat der Vater dann wieder das Haus verkauft und ist dann ein Stückchen oben hinein, hat er nur ein Haus gekauft und hat von einem alten Mann gekauft und ist dann dort oben gezogen. Und ich bin dann wieder gezogen ins Nachbarhaus, in die Dachmühle runter. Und von dort aus bin ich dann in die Fabrik zum Wild gegangen, für ein paar Monate. Und dann habe ich dann oben in den Staub, wo ich da wohne gekommen, und der hat ja noch 20 Franken Zinskost. Aber die Hausbesitzer waren recht liebe Leute. Jetzt noch, von dort aus, musste ich dann weg der Rauchgasvergiftung. Wieder der Dr. Schneider hat mir geschaut. Dann nach hinten zwei Tagen war ich wieder gesund. Dann hat er mir einen Bericht, die Zinsen mal zu einem kommen zu einer Besprechung. Gut, unter anderem Fragen hat er mir dann da gesagt, ich wäre jetzt hier die rechte Person zu ihm rauf gekommen, in die Villa Valdick, auf Zurkulm. Und dann habe ich das angenommen, diese Stelle hat mir recht belohnt und hat mir aber auch versprochen, ich darf die Möbel rauf nehmen. Jetzt richtig, ich bin etwa eine anderthalb Jahre bei ihm gewesen, aber die Möbel habe ich halt nicht rauf nehmen können. Die Angestellte, die er gekommen hat, hat er auch rauf genommen und dort ist so ein bisschen eine steile Sache gegangen. Die haben ein bisschen ein Harim gehabt, ohne dass der Doktor rauf in die Hand war, oder er hat mich nicht ins Ausland für die Fernbehandlungen oder eben wenn z.B. Lehmungen gewesen sind. Jetzt haben die Weiber will jetzt auch zur Mehrung bekommen mit ihren Freiern. Jetzt da bin ich nicht eingegangen. Ich habe gesagt, ich bin verantwortlich über jeden Gegenstand, was da oben ist. Und wenn ihnen das nicht gefällt, dann gehe ich einfach fort. Ich suche mir wieder etwas anderes. Somit hat er dann wieder eine andere Angestellte gesucht und ich bin wieder runter in die Wohnung. Und dann habe ich gedacht, ich will einfach wieder ins Bündnerland hoch. Ich habe dann ein Inserat gelesen in der Roten Zeitung und habe noch gefertigt gemacht. Da kommt ein alter Mann von 75 Jahren. Und das ist dann der Umstand vor dem Geld. Und der war traurig. Er hat gesagt, er habe da seine Wirtschaft verkauft. Und dann sollte ich dringend noch über die Haare etwas dem Mann, der jetzt auch den Wirtkurz machen muss. Die Familie haben sieben Kinder. Und der Übergang ist so ein bisschen schlimm. Er hat ja schon alles das Inventar samt dem Haus verkauft, weder noch einen Sekretär und ein Bett und was das nötigste ist für sich selber. Jetzt bin ich dann zu dem rauf und habe mich dann informiert, ob ich irgendwo die Wirtschaft im Park nehmen könnte. Da hat mir ein Arbeiter gesagt, von dem Tunnel, welches gemacht worden ist, dass das also in Zentoben an der Hauptstrasse zu Grusche Alpen in Grusche also zu Mieten wäre. Warum? Die haben telefoniert, die kommen am anderen Tag hoch und mit dem Besitzer bin ich dann das runtergegangen, anzuschauen. Jetzt haben wir hier auch unterhandelt und habe die Skrullscheibe in den Park genommen. Jetzt richtig, ich musste aber die Putzerei auch übernehmen und das ist dann den Parkentrag einschrieben worden. Jetzt habe ich dann auf den 1. Oktober abgemacht, das anzutreten. Jetzt richtig, ich musste da dort, bin ich zurück, abend wieder zu dem Zumstein und der hat dann so etwas traurig gewesen, er hat der Doktor fast jeden Tag im Haus gehabt und dann sagt er, warum bin ich noch willst, woher gehen? Also wo könnt ihr die Aufnahmen finden? Er gehe nicht gerne zum Zwillingsbrüder auf Turin runter und für uns geheimlich Hütter da als Kürt. Können auch nicht mehr gut gehen mit dem 75-jährigen Alter zu. Jetzt habe ich dann gedacht, ja in dem Fall, jetzt sage ich mal, mich erkundigen da bei meines Präsidentinnen und dann haben wir das im Kuhle, ich tun ein gutes Werk. Und zum anderen dann sage ich dann, aber ich wollte doch wissen, was der für einen Charakter hat. Dann sagt er, ja, das darfst du nicht sagen, das ist Amtsheimnis. Dann nehmen sie den Mann noch mit. Jetzt richtig, ich bin dann ins Appenzellerland zusammengepackt, habe ich dann auch die Möbelwagen geholt, zwei Möbelwagen für die Grauhe zu schrauben und ein paar Tage später, ich stand dann zum Stein mit einem Chauffeur und mit einem so Baubuschen, ich kam dann und habe ein Zimmer eingerichtet. Und ich musste dann noch die Suche machen, wie mein Wort kann es sein, ob ich die Wirtschaftsbewilligung bekomme, für das Haus und für mich. Jetzt haben sie mir geschrieben, ich komme schon über, aber ich müsste zuerst den Gebieten kurz machen, innerhalb drei Wochen. Prompt, ich habe mich auch angemeldet auf den Kuhraben, drei Wochen da unten gesehen und bin wieder heimgekommen. Jetzt habe ich dann die Müssen aber noch, am Anfang ist es schwer zu sein, in so einem fremden Gebiet, als Unterländen. Da habe ich dann ins Rat gemacht, als Nebenberuf, als Damm-Schniedling, Herr-Schniedling, als Nährei anzunehmen, aller Art. Mit höflicher Empfehlung, Paula Roth, Grusche, Alpe und Grusche. Gut, ich habe das gemacht, sind fünf Frauen zuerst gekommen und nach einem halben Jahr hatte ich schon keine Zeit mehr zum Leben. Ich habe viele Gäste bekommen, die Strasse ist auch breiter geworden und hatte einen Betrieb in Bremen. Meine Schwester bekam dann während der Saison mit zwei kleinen Kindern und hat mir geholfen, was ich hätte können. Für St. Gallenherr ist sie gekommen. Jetzt noch, der Zumstein ist dann einmal eine doppelte Lungenentzündung gehabt. Ich musste ihn verpflegen. Der Doktor hat keine Hoffnung mehr gegeben, aber ich habe ihn wieder davon gebracht. Ich wollte ihn nicht haben, damit er bei mir sterbt, wenn er schon sagte, er hätte keine Erben. Aber schlussendlich wären vielleicht noch Erben für ihn gekommen, die mich unter Gaben hätten. Und dann hat er sich noch ausgegeben, sei der Onkel von mir. Und das konnte ich doch nicht abstreiten vor den Leuten. Und dann dachte ich, hörst du mir diese Freude. Aber er hatte selber noch jene Menschen in Bremen gehabt. Aber wenn ich gemerkt habe, hat es dann auch noch viele Schulden hinterlassen. Einmal kam der Mann von tausendherzen Brüdern auf das Hemd hoch und dann kam er zu mir in die Wirtschaft und hat die Hände zusammengelassen. Was? Der Zumstein ist sicher zu gewusst ohne. Der über die Hände gekommen. Der hat Schulden über Schulden hängen lassen. Da wäre mir noch lustig. Der Brüchmeister. Jetzt richtig, sagt der Zumstein, der noch abgeschaut ist. Sie? Ähm, 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 Herr Herr Barzell, in diesem Fall bin ich Ihnen nichts mehr schuld. Sie haben das im öffentlichen Lokal gesehen. Passe zu, was Sie noch sagen. Jetzt richtig, nur, einmal der Zumstein hatte er noch im 1960, hatte er dann einen schweren Töffunfall gehabt. Er selber ist weggeschleidert worden. Er ist über die Strasse gelaufen. Er hatte dann einen Hufst, einen grossen Blutberguss gehabt. Und mit dem rechten Arm hat er den Armbruch mit einer offenen Wunde gebraucht. Auch das war nicht mehr gut. Jetzt noch, ich musste sofort den Doktor berichten. Ich musste auch die Polizei berichten. Jetzt noch, der Doktor hat dann einen ins Spital geführt. Und der andere, der ist Postkaufür, der ist dann am Abend eben mit dem Töffpang gefahren, auf, ähm, auf Landeck. Nein, ich muss sagen, dort auf Badina. Jetzt noch, jetzt ist es dann am 7. Abend, hat dann die Oberschwester mir gerichtet, ein Zumstein mit dem Teufelswald wieder eine Streit. Sie sind jetzt seien miteinander im gleichen Zimmer. Und der, sag ich da, eben, da die Paula Roth in der Gruscheibe, die seien Heimpflegerin, 7 Pflegerin schon. Und die hätte doch lieber gekommen, wäre er in ein Alter, dass er sein kam. Jetzt brummt, weil er nicht hätte bleiben können und mit dem Mann gestritten hat wie letztens. Jetzt hat er dann den Doktor von Szent, den Doktor Paschbro, hätte wieder die Hand gebracht. Bitte, sage ich, in der Saisonzeit, muss ich den Menschen aber pflegen. Er kann sich nicht selber anziehen, er hat Herzleiden, hat den Blut gewusst. Und dem, wo ich da noch habe, während der Saison, wo ich es hätte gelb bedienen, damit wir im Winter leben kommen, und den Menschen aber alt, hätte es schon besprochen, machen können, dann tue ich es mir, ein Tag hast du ihm losgezahlen. Aber er hätte ja nicht viel gehabt, Vertrag zu bauen, aber auch die Unfallrente ist zu wenig gewesen. Der hat mich also ausgenutzt. Und dann hätte er noch den Wunsch gehabt, ich seien einen Verbundungsvertrag zu machen für ihn. Amtlich, ja, und er die Vorstellung, nein, so dumm bin ich dann gleich nicht. Jetzt noch, dann ist er hergegangen und hat mir angefangen hier die Säcke zu verkaufen. Währenddem dann auch mein Zimmer machen. Jetzt noch einmal, ich habe eine grosse Last gehabt. Ich habe den wieder, also mit dem Unfall, habe ich den wieder zu weggebracht. Der ist wieder zu uns geworden. Jetzt, dann ist dann auch mal der Lanzel gekommen, da sind zwei Brüder gewesen, also einer hat dann die Landwirtschaft getrieben, und dem, wo dort die vier Häuser gehörten, wo ich das in den Park kam. Und dann habe ich auch. Ich zahlte es also einem Besitzer. Was dann oben geht, in den Posten geht ja mir dann nichts an. Aber, jetzt ist dann der Besitzer einmal gekommen, ist da oben rein und sagt zu mir, wer haben, es haben gerade jetzt im Spital, den jüngeren Brüder haben ihn geschlagen, jetzt habe ich eine grosse Wunde bekommen. Und der Bruder da, der das Vieh besorgen hat, hat dann eine vollen Hand gekommen. Jetzt noch, der Lanzel, hat dann gesagt, er habe den Wunsch zu mir zu hoch. Er halte es nicht mehr aus, neben dem Bruder. Sonst gäbe es einen Mord und Totschlag. Er würde gerne zu mir in die Pläne kommen. Er bleibe nicht mehr im Spital. Er möchte so gerne ein Testament ändern. Etwas kommt die Oberschwester rüber, und etwas er will dann geben, dem Cousin, und der ist Tierrat Gampel in Schulz. Die Herren sind auch einmal zugekommen, die jungen Gampel. Jetzt noch, jetzt habe ich ihm gesagt, es geht nicht gut. Also, dann kommt ja einer weg, der Bruder wieder, und der Zumstein, der wird noch übersüchtig, ohne Grund. Da sagt er, ja, auf das Haus, da würde ich auch schreiben, weiter. Gehen wir ein Testament geben, also würden wir schenken, wenn er dürfte zu mir in die Pläne kommen. Ich sage, tut mir leid, das geht nicht gut. Ich habe damals schon gerne eine Tonbändle gemacht, von dieser Aufnahme, von dem alten Herr Lanzl. Ein schönes, 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 tierliches, gepflegtes Mann. Er hat dann noch gesagt, jetzt haben Sie mal im Spital noch mein Bärchen abgehauen, und jetzt verrühre ich ihn so. Sieber und rot können Sie mir das Knöpfchen annehmen. Und das haben wir dann auch gemacht. Gut, er ist dann von mir wieder weggegangen, und ist ins Spital raus. Und dann habe ich jetzt mal, nach drei Tage, bricht er überkommen, dazu, der Lanzl, der Gottsch-Lanzl ist gestorben. Jetzt noch mich, bin dann noch die Bärchen umgegangen, ich habe aber natürlich einen grossen Angst gebracht, dann drei Tage später kommt dann der Bruder, der Not, und sagt, der Gottsch ist eigentlich noch ein lieber Bruder gewesen, der dann noch hinterlässt, vier Häuser, und der ist noch ein Haufen Bargelb als lediger Mann. Jetzt noch, er wollte, er habe ja vom Bruder auch noch Geld bekommen und entschieden haben. Und dann haben wir zwei Töchter und einen Sohn. Der Sohn war ein Grenzwächter, und die kommen dann sehr beüber. Er selber habe dann, wenn man einen Konkurs macht, und darum hat sein Bruder das gemacht, an deinen Jungen, eben seinen Jungen. Jetzt noch, jetzt habe ich dann ihm gesagt, ich habe ein Tonbändchen aufgenommen, und dazu hat er dann gesagt, oh, den würde ich ja gerne hören. Gut, ich habe ein Tonbändchen übergenommen, hat er abgeworfen, und plötzlich sah er auf und haut die Faust auf den Tisch, sagt er, verdammt schlechte Menschen. Und was hat er denn alles noch, und bitte das löschen. Dann sage ich, ja, so sieht man, wie er gestritten hat miteinander. Und jetzt hat er noch so viel hinterlassen. Jetzt habe ich dann die Diebschaftsteile bekommen, für die Jungen drei, und die sind brecht worden. Die haben dann von mir mehr als das double Zins verlangt, und dann habe ich gesagt, ja, Sie, Sie haben jetzt noch etwas so Baufremdegeld zu machen, dem Onkel, haben Sie das nicht belagt, das im Hochland als 82-jährige Mann. Jetzt müssen Sie dann halt das machen. Andere Küche, andere WC-Anlagen, und zum Stall unter dem, und dem Rest da unten. Es werden dann wahrscheinlich die WC-Anlagen machen. Und derige, das kann ich dann, die Bauveränderungen, ihr könnt euch nicht aufnehmen, ihr habt euch einen bedienten Verlust wie jetzt. Hier sucht mir etwas anderes, und Sie suchen einen anderen Pächter. Gut, ich bin gegangen gehen suchen, und dann habe ich dann da durch den Ding, da bin ich so gern auf Abverskasten, habe ich so das Hotel Kurhaus angeschaut, und dann auch so ein Brückchen. Ich bin da am Handweg gewesen, und dann habe ich dahinter geschaut, da von der Hauptstraße her, und dann habe ich das Haus zugelagert in die Läden, und bin dann in den Berg hinunter, habe ich dann eingehört, um nachher nachzufragen, um die Adresse, und dann habe ich die Sägele in den Chur. Arthur Schmid, Sägerei-Besitzer in den Chur. Jetzt bin ich dann nachher gekommen, und habe den Herrn gerade angerufen. Sagt er, ja, ja, er würde ich da die bellen Launen schon verkaufen oder vermieten. Er plane schon lange auf dem und auf einer, der das hier übernehmen will. Er kam zu mir hin. Promet ist es ein paar Tage gegangen, und da die Ehepaarleine mit einer Tochter, und die sind dann am Stammtisch abgesessen, und haben eine gute Fräulemählung verlangt. Die haben dann das gemacht, so mein Nepp ist noch bei mir gewesen, die Schwester und ihren Sohn, und hat mir da geholfen, dass es schnell geht. Jetzt, wenn ich dann das Mühle auf dem Tisch hatte, haben sie gesagt, wunderbar. Jetzt habe ich das dann abgepumpt, wie sie gegessen konnten, und dann hat er gesagt, jetzt kommen Sie ein bisschen zu uns hin. Jetzt muss ich Sie etwas fragen. Sie sind die Frau Roth, die Interesse hält von dieser bellen Launen. Ich sagte, ja, ich habe da gesehen, ich habe etwas anderes gesucht, und dazu möchte ich das schauen, etwas zu machen aus dieser bellen Launen. Jetzt, wenn es Ihnen recht ist, hat er gesagt, in 10 Tagen machen wir ab, um das zu besichtigen. Aber zum Ersten muss ich Ihnen sagen, tun Sie mich nicht für schlimm halten, das haust sich nämlich traurig aus. Jetzt alle Scheiben sind eingeschlagen. Sie werden das schon beobachten können. Dann sage ich, Sie, Herr Schmid, mein Vater ist guterähnlich. Sie, wir haben allerlei für Häuser gekauft. Dann haben Sie wieder zwei gemacht. Aber um wenig Geld umgebaut hat er nie. Aber ich bin manchmal auf den Handel gegangen, mit Ross und Wagen. Ich habe dann gesagt, gut, in 10 Tagen kämpften wir, dann treten wir uns in die bellen Launen. Er hat dann dort die Läden aufgemacht und bin dann durchs Haus gelaufen, wo eben zum Westenricht wieder wieder ein Unterer ging, aber bis in den Paternkeller alles beobachtet und dann vom Stall haben wir auch gesprochen. Ich habe dann den Bachvertrag, hat er eine Skizze gemacht, gesagt, wenn Sie in den Stall, dann sage ich, natürlich, ich muss da können gelebt haben, es muss da eine Existente sein, mit ein bisschen Lamm dazu. Ihr muss das haben, es ist abgelegen und ich bin dem Bauern aufgemassen und die Tiere gerne. Dann sagt er, ja, ich muss Ihnen sagen, so weit ist eben da der Stall noch etwas verpachtet. Ich muss jetzt aber das noch unterhandeln mit dem Pächter, dass ich unter den Jahreszeiten bin, dann sagt er, dass der Kauf bestätigt wird, dann sagt er, ja, ja, ich will gerne das Vorkaufsrecht und den Preis will ich auch wissen. Dann sagt er, ja, ja, also ich baue nicht mehr mehr. Also mir ist alles rausgestohlen gekommen, so gerne ein Tisch, das Inventar vom Restaurant und die Türen sind, wie Sie sagen, einschlagen. Kein Glas hat mehr, keine Lampe mehr, kein Telefon mehr. Das müssen Sie halt übernehmen. Dann sage ich, ja, noch gut. Wenn ich das günstig überkomme, ist mir das recht und gut. Jetzt, wie macht man ab den Antritt und wie ist da der Mietzins oder der bachende Zins, also vierteljährliche Zinsen? Dann sage ich, ja, ich bin überstanden. Und wann wäre der Antritt? Dann sage ich, ja, auf den 1. Oktober. Dann sage ich, ja, da ist kein Transformer rum. Ja, wie geht denn da? Dann sagt er, ja, ich will besorgt sein. Ich komme von Tausend her, wahrscheinlich von der Zentrale schon ein Ding über so einen Transformer, dass ich das herinstelle. Aber Geduld braucht es, bis hier das Licht ins Haus kommt. Dann sage ich, ja, ja, also zum Glück habe ich etwas gespartes gehört, damit ich da komme, jetzt geht es auf den Winter, ich muss noch Holz zuschaffen und rausputzen muss ich auch. Er sagt, ja, ich will noch besorgt werden, dass da nicht die Türen, die ich geschlagen sind, noch ins Haus kommen. Und schieben sie alle auch noch. Aber es wäre anders, müssen sie aufkommen. Da sage ich, ja, da muss ich noch Böden machen lassen, sanitäre Anlagen, das muss ich alles machen. Dann sagt er, ja, machen Sie, was Sie können. Also, ich mache jetzt einen Backvertrag für Sie in drei Ausstellungen, in drei Formulare, eins kommt die Kanzlei, eins und ich und eins kommt Sie über. Gut, der Backvertrag muss laufen, innerhalb fünf Jahre. Gut, abgemacht, muss ich unterschreiben. Und dann, und ich denke, ja, die Weisse da, die Säge weisst. Also, ich möchte gerne nach einem Ding, wie man sagt, Gebäude, also die Kanzenschatzung, sollte ich dann auch noch wissen, wie ich stand nach einem Quadratmeter. Dann sagt er, ja, er gebe mir jetzt ein Ding, ein Auszug von diesen Parzellen. Das ist richtig, wo ich dann das einmal, ist man abhanden gekommen. Entweder hat man sich zum Zumstein gestohlen, der ist natürlich auch mit hierher gekommen. Er hätte einfach nicht wollen, er hätte es zu schön gehabt. Aber eben sind die jenischen Bründe, da kam ich natürlich auch noch in der Wirtschaft. Jetzt habe ich dann etwa so Souvenirs verkauft, Wanddipper, hier, Bleustdipper, Kühllichten, Lampen und allerlei habe ich so gehandelt, auch Antikmaren. Jetzt noch, ich habe dann noch, dann noch habe ich viel Gäste gehabt. Jetzt, auf das Höhe, wo ich dann, wir haben dann abgemacht, er, weil ich ausgezahlt war. Und wenn ich es dann so hergelegt hatte, ich muss sagen, das Patent musste ich auch wieder rein haben, für das Haus, wie auch für mich. Die Kanzenschon habe ich ja auch, aber für das Haus, jetzt haben sie mir noch, da hat die Wirtschaft erteilt, ohne Schnaps Patent. Jetzt richte ich noch einmal, ich bin nämlich noch zufrieden gewesen ohne Schnaps Patent. Ich habe meine Zimmer eingerichtet, ich habe so gerne das zum Gasthaus gemacht und dann im dritten Jahr 1965, habe ich dann den Zeitpunkt abgemacht und dann haben wir dann, äh, ich habe dann noch zuerst eine Bankschatzung machen lassen und die Herren sind dann am Samstag gekommen, da ist dann ein Blüsse vom Bahnhof noch dabei gewesen und da sage ich, ja was, am Morgen um 9, können wir doch hier eine Bankschatze machen? Sie kommen der Gattreier. Sie, Herr Blüsse und die anderen zwei, wisst ihr, was braucht? Dann muss er zuerst er sich anmelden. Um diese Zeit kommt man doch nicht ins Haus hinein, sag ich gar nicht einmal. Jetzt, so, jetzt müssen sie vorlaufen, dass sie nicht noch eine Tourne anliefern. Ich habe dann ganz, ganz alle Zimmer gesetzt. Und dann natürlich, der Zumstein ist dann da unten gewesen, ich habe ihn mit ihnen her, ja, sie haben dann gesagt, entweder jetzt oder gern nicht, oder eben, sie langs Böber, und sie sagt, ja, probieren wir es jetzt. Gut, wir sind durchs Haus gelaufen, bumm, die haben gesehen, alles ist besitzt gewesen. Und sie sagt, wir hätten ja nicht gedacht, dass sie alles jetzt so voll haben. Ja, wir sind ganz erstaunt. Jetzt meine Schwester, Frieda ist da gewesen, die hat ihnen gestern dann zum Morgen gegeben, und sie sind dann eben, wie ich dann da mit ihnen herangehauen, müssen sie da rumlaufen, von aussen. Jetzt hat sie das schön noch geregelt, und nachher sind sie dann reinkommen. Jetzt haben sie dann gesagt, ja, gut, also die Bank tut also zwei Drittel übernehmen als erste Hypothek. Und wir machen sie es dann mit dem anderen. Dann sage ich, ja, der Vater hat mir besprochen, er tut mir noch eine Grundwandverschreibung zu machen, und somit wäre er dann zu alt. Jetzt innerhalb von acht Tagen bin ich dann, habe ich dann das Kanzlei, da wäre dann am 15. September 1945, auf der Kanzlei in Pellisur. Sagt der Herr Schmid, als das dann unterschrieben kam, sie, Frau Roth, ich hätte nie das Kanzlei in Pellisur, wenn ich da nicht vorkaufsrecht gemacht hätte. Ich bin dann wieder heimgekommen, und in diesem Zustand haben dann noch Leute da in der Wirtschaft reinkommen, und groß sagt, du, ja, er hat da auch nichts zu sagen. Sagen er, nein, das gehört mich. Jetzt heisst dann eine, jetzt muss ich aber nicht vergessen, ich habe dann im Dreieb, 60 und 64, habe ich dann noch eine Geste gehabt, die haben da auf den Weltuntergang gemarktet, und sieben Tonnen Lebensmittel mitgebracht, und sind dann also ein halb Jahr da gewesen. Dann hat der Zumstein noch eine Mädchen eingestellt, der 16-Jährige, und die ist da gekommen, da mit dem Betreter in die Battaglia, und sagt, sie kommen wir da zum Zumstein erstellen, das ist eigentlich der Rund nicht im Kopf, da oben vielleicht. Und das Himmelswille um den Zumstein hatten dann halt Alper, die nasse Hose, etwa mal gesunken wie ein alter Neber, und dazu. Und ich musste dann eben eine Übersuchtszähne einfädeln, weil der Doktor da oben hätte ich dann nicht, weil ich das Alper so zu tun wollte, nach meinem Wunsch. Jetzt ist der Weiss Grützwirt, der ist ein alter Kohn, hat irgendwo hin telefoniert, dann ist er aus freien Stücken fort, aber er hat gegen mich noch einen Prozess eingegeben, hat eine Vortrag gestellt, er hat Geld gepresst, von 30.000 Franken, er hat mir das Geschäft hingegeben, und wir haben miteinander eine Gütergemeinschaft. Er sagt, mein Brot kann reißen sich. Ich sage, ums Himmelswille, jetzt habe ich sofort meinen Hau, Prozess, gegen den Prozess eingegeben, gegen Verlömmung und Ehrverletzung, und Diebstahl und allerlei. Und dann ist der Prozess, ist dann vier Jahre gegangen, und der Zumstein ist gezahlt worden, von der Gemeinde, vom Armenweg, gegen mich als Pflegerin. Und aber meine, ähm, meine Klage haben sie fallen lassen, und dann hat sie noch geheißen gekommen, dass er sei, äh, er sei unzurechnungsfähig, in dem hohen Alter. Aber gegen mich haben sie zahlt, ums Himmelswille, schlussendlich ohne nur 4.000 Franken zahlen, aber zum Glück ist der Ort aus eigenen Stücken. Und nachher bin ich wieder aufgeblüht, da habe ich andere Gäste gehabt, viele liebe Gäste aus Stadt und Land, und habe dann angefangen meine Gästebücher, jetzt habe ich elf Stück, und bin recht gut zufrieden. Und tue ihn etwa mal in meinen stillen Stunden, tue ich dann etwa mal, und wenn man kein Mann hat im Haus, hat man keine Liebesverpflichtungen, und das ist halt recht schön. Und somit habe ich meine Fremden, die da schlafen, und ich kann sagen, ich bin glücklich, dass ich jetzt das Haus habe, und die ist mir noch nie grauen. Aber was ich erlebt habe mit dem alten Menschen, tue ich also jedem anberaten, wer ein fremden Mensch oder nicht. Oh, bella luna, bella luna, bella luna.